Smarana, ihr Lieben, es gibt einen Lagebericht und zwar befinden wir uns jetzt gerade in der Hälfte der Zentrumstage. Die Zentrumstage beinhalten vier Energiewellen und jede Energiewelle dauert 13 Tage. Und die ersten zwei Energiewellen sind jetzt bis zum 23.04. beendet und ab dem 24.04. treten wir in die kommenden zwei Energiewellen ein. Und es ist für mich wichtig mal innezuhalten, mal zu gucken, was hat die Energie mir gebracht, was habe ich so für mich lernen können, wie konnte ich mich ausdehnen, weiterbilden, mein Energiefeld anpassen an die Energien und auch welche Heilung habe ich denn bekommen jetzt innerhalb diesen Tagen. Der erste Zyklus hat angefangen mit der Kundalini-Kraft, das heißt also das innere Feuer wurde entfacht und die Begeisterungsfähigkeit hat uns einfach ergriffen und geweckt. Und dann kam die zweite Welle, die Schaffung von Klarheit. Also die liegt jetzt gerade hinter uns. Die Energien waren so für uns von der geistigen Welt vorbereitet, dass wir uns klar darüber werden konnten, was will ich überhaupt, wo ist mein Platz und wie geht es weiter für mich. Und mit dem Feuer der Kundalini und mit der Klarheit, die jetzt in uns existiert, gehen wir in den nächsten Zyklus, der jetzt am 24.04. beginnt. Da geht es in die Heilung der Emotionen und in die Heilung des inneren Kindes. Deswegen auch der Hintergrund, weil mein inneres Kind wollte ein bisschen was Verspieltes, ein bisschen Blumen und dann dachte ich, okay, machen wir es mal so. Also es geht jetzt in den kommenden 13 Tagen darum, dass wir uns unserer Gefühle bewusst werden, auch nochmal schauen, was habe ich für Gefühle, wo bedarf es an Heilung und dass wir auch unser inneres Kind anschauen, gucken, was braucht mein inneres Kind, wo kann ich da noch Heilung fließen lassen und wie kann ich das Ganze in den Alltag integrieren. Also es geht darum, dass wir unser inneres Kind in den Alltag integrieren und dadurch auch viel Freude haben werden. Denn das innere Kind ist ja wie ein Kind, was uns Impulse gibt, was spielen möchte, was kreativ ist, was gerne was ausprobieren möchte. Und wenn wir uns in dieses Fahrwasser, in diese Energie hineinfallen lassen, wenn wir dieses Spiel mit dem inneren Kind mitmachen, ja dann kommen wir in eine ganz große Kreativität. Diese Kreativität erfüllt sich auf eine spielerische Weise und bringt uns dann letztendlich auch dazu, in einer Welt im Hier und Jetzt zu leben. Denn das ist ja das Wichtigste, dass wir nicht dauernd an der Vergangenheit hängen oder uns Sorgen für die Zukunft machen. All dies bringt nichts und das innere Kind ist jetzt da, um uns einfach zu helfen, zu erkennen, dass das Hier und Jetzt das Wichtigste für ist, denn in diesem Moment leben wir ja, wir leben gerade jetzt in diesem Moment. Das vergangene Leben ist vergangen, die Zukunft, die kommt erst. Also jetzt in diesem Moment zu genießen, die schönen Blumen zu genießen, der Frühling ist ja da, es blüht überall. Und das gibt uns so viel Lebensfreude, die uns kräftigt und stärkt. Und wir dann auch von der Klarheit, die wir ja bekommen haben, von den letzten 13 Tagen profitieren und vielleicht oder hoffentlich dann diese Dinge tun werden, die uns Freude machen. Dass wir uns also nicht mehr zwingen lassen, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht möchten. Das wäre für mich ganz wichtig. Also das werde ich für mich genau überprüfen, wo tue ich denn jetzt noch Dinge, die ich eigentlich gar nicht will und wo verbiege ich mich. Also das ist die Gelegenheit, da nochmal genau auf seine Gefühle zu achten, auf die eigene Einstellung und dann auch zu gucken, wo sind denn Bereiche, wo ich nur funktioniere, wo ich nur eine Pflicht sozusagen, eine Pflicht tue, die mir gar keine Freude bringt und die eigentlich vielleicht in manchen Bereichen gar nicht nötig ist. Da müsst ihr einfach mal gucken bei euch, ob das wirklich alles so nötig ist, was ihr tut und ob ihr da so ein bisschen für euch so einen Freiraum schaffen könnt und sagt, okay, ich mache jetzt für mich mal was ganz Schönes dazwischen. Ich gehe einfach mal spazieren, ich gehe mal in die Natur, ich genieße jetzt mal jeden Sonnenstrahl oder jede Blume, ich rieche mal an den Blumen oder ich greife mal ins Gras. Ich gehe einfach daher aus der Natur, Kraft schöpfen, sich mit der Natur verbinden, mit der geistlichen Welt verbinden, mit dem inneren Kind verbinden und dadurch dann auch einfach in eine andere Energie zu kommen. Wichtig ist es, dass wir uns auch bewusst werden, was wir noch für Dinge tragen, die uns schwach machen, die nicht zu uns gehören, weil ich denke, um das alles loszuwerden, bedarf es noch vieler Momente im Leben. Und das Bewusstwerden, wo ich funktioniere, ist so der erste Schritt. Das Bewusstwerden, wo ich etwas tue, was mir jetzt gar nicht so gut tut, hilft zu erkennen, wo sind denn meine Schwächen, wo sind vielleicht noch unbewusste Ängste vor einer Schuld, vor einer Bestrafung oder vor einer Scham. Und es gibt also da Anhaltspunkte, die sich uns zeigen werden und die wir dann auch gerne lösen sollten, denn nur dann, wenn wir die Schwächen oder die Blockaden, die sich uns zeigen, beginnen zu lösen, kommen wir ja weiter. Und je mehr wir lösen können, umso mehr werden wir jetzt in den kommenden 13 Tagen in die Kreativität hineinkommen. Also ich rate euch sehr, wenn ihr zum Beispiel eine Heilsitzung nehmen möchtet, tut es jetzt in diesen 13 Tagen, denn da habt ihr die größte mögliche Chance, richtig viel in euch lösen zu können, richtig viel zu bewirken und dadurch dann noch viel tiefer in eure eigene Kreativität hineinzukommen. Das wäre jetzt mein Rat oder eben auch Selbstheilung zu praktizieren, eure Schattenseiten, eure Schwächen anzuschauen und dann mit dem inneren Kind, wenn ihr das könnt, mit dem inneren Kind zu kommunizieren, einfach auch, um herauszufinden, was euer inneres Kind noch braucht, was es eben einfach gerne noch haben möchte von euch, damit es sich ausdehnen kann, damit es euch mit Impulsen versorgen kann und die Lebensfreude dadurch dann wächst. Das ist also die Aufgabe für die kommenden 13 Tage. Ich werde jetzt auch nochmal auf die darauf folgenden 13 Tage kurz darauf eingehen, damit ihr seht, zu was uns das dann alles führt. Also zuerst hatten wir die Kundalini, dann hatten wir die Klarheit, dann hatten wir die Gefühlswelt. Wenn du jetzt aus diesen drei Zyklen ganz viel für dich lösen konntest, ganz viel Gewissheit, ganz viel Klarheit letztendlich bekommen hast, dann bist du bereit, um deinen Platz im Kollektiv zu finden. Denn das innere Feuer ist entfacht, die Klarheit für deine Vision hast du und die Kreativität liegt in deinen Händen. Und mit dieser Power gehst du dann in die letzten 13 Tage, die beginnen am 7.5. bis zum 19.5. Mit dieser Power gehst du dann da rein in diese Tage und setzt alles um, was sich in den vorherigen drei Zyklen in dir an Visionen aufgebaut hat. Das ist eine wundervolle Chance, jetzt richtig davon zu schöpfen, also richtig in diese Schöpferkraft einzutauchen und dann in das konkrete Tun hineinzukommen. Also wunderbare vier Zyklen hat uns die geistige Welt geschenkt, mit der Unterstützung ihrer Energien, um uns tatsächlich aufzubauen, um uns zu zeigen, wie viel Kraft in uns liegt, wer wir sind und was wir alles tun können. Deswegen lege ich euch jetzt nochmal ans Herz, geht nochmal in das innere Feuer, geht nochmal da rein und guckt, ist mein Feuer vollkommen entfacht? Habe ich diese Lebenskraft in mir? Wo hakt es noch ein bisschen? Und wenn ihr was findet, wo es hakt, dann löst es auf. Denn jetzt diese 13 Tage sind dazu da, nochmal alle Blockaden zu lösen, die sich zeigen, die noch übrig geblieben sind. Und dann kommt ihr in die Klarheit. Überlegt, was habe ich gemacht? Was möchte ich tun? Wie ist mein Leben? Ist alles gut? Diese Klarheit unterstützt euch sehr, um dann jetzt in die Kreativität, in die Heilung mit dem inneren Kind reinzugehen und dann um letztendlich mit dieser geballten Kraft, dieser drei Zyklen in den vierten Zyklus hineinzugehen und zu sagen, ja, hier bin ich, das ist mein Leben, das ist mein Ziel, so soll es sein. Und das ist, stellt euch vor, für jeden ist das möglich. Das ist so perfekt, das ist so schön. Das ist einfach ein Geschenk für jeden Menschen. Und ich freue mich mit euch auf die Meditation, die wir zusammen machen werden. Ich werde euch nämlich in jeden Zyklus nochmal reinführen und ich werde euch energetisch in jedem Zyklus die Kraft geben, an euch zu arbeiten, nochmal hinzuschauen und euch auszudehnen. Eine Klarheit zu bekommen, in die Heilung zu gehen und dann in eure eigene Tatkraft. Die perfekteste Unterstützung, die man energetisch bekommen kann, kombiniert mit den Energien der geistlichen Welt über diese Zentrumstage. Und all das haben uns ja die Mayas mit ihrem Kalender übermittelt. Und das ist einfach für mich ein riesengroßes Geschenk, was ich dir jetzt heute mit dieser Meditation gerne weitergeben mag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr passt euch an, ihr guckt, wo euer Weg ist, euer Ziel ist und findet eure eigene Bestimmung. Das ist mir wichtig und deswegen auch mein Wirken jetzt für euch. Jetzt muss ich überlegen. Die 999, Smarana und Kundalini, das ist im Moment. Ah, und die Fülle noch. Also ihr müsst es jetzt nicht so übertreiben wie ich. Hier ist die Fülle, die ist schon ganz abgenutzt. Ihr müsst es jetzt nicht so übertreiben wie ich mit den vielen Energien, sondern einfach nehmt das Auraspray, was euch jetzt zusagt. Ich schicke sie euch rüber, die Energie. Ihr spürt schon, ich bin in einer ganz anderen Welt auf einmal schon. Die Energie baut sich auf und ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt bei der Meditation ganz viel Klarheit und Heilung für jeden persönlich. Ich wünsche mir so, dass es euch gut geht. Samarana 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 Ich bitte die geistige Welt um Schutz auf allen Ebenen. Ich bitte die geistige Welt um Schutz für meinen Kanal. Und ich bitte um die reinsten, göttlichsten Energien der Liebe für uns alle. Und ich bitte um Schutz für alle Menschen, welche mir heute zuhören. Und so beginnen wir mit der Meditation. Es ist eine Seelenmeditation. Ich spreche die Worte meiner Seele zu dir in der reinsten Energie der Wirklichkeit. Und so bitte ich dich nun, deine Augen zu schließen und dich ganz auf die Liebe auszurichten. Atme das Licht der Liebe ein. Atme das Licht von Samarana ein. Und werde dir bewusst, dass alles Liebe ist. Lasse deine Gedanken wie kleine weiße Wolken am Himmel vorüberziehen und konzentriere dich ganz auf das Hier und Jetzt. Ich werde nun mit dir in die ersten 13 Zentrumstage das Thema des göttlichen Feuers eintauchen. Und so bitte ich um die entsprechenden Energien aus der geistigen Welt, damit sie jetzt zu dir fließen und dein göttliches Feuer berühren. Und mit der Liebe so weit ausdehnen, wie es gut und richtig für dich ist. Und ich bitte dich dir zu erlauben, ich bitte dich dir zu erlauben, so viel wie möglich von dieser Energie anzunehmen und dich so tief wie möglich in dieser Energie fallen zu lassen. So fließt diese Energie zu dir, sie berührt zuerst dein Herz. Dehnt dein Herz aus und verbindet sich nun mit deiner göttlichen Flamme. Spüre die Kraft der göttlichen Liebe, denn es ist die göttliche Liebe, welche deine Flamme nährt. Und spüre auch die Kraft, die Lebenskraft, welche nun über die Kundalini sich in dir entfacht. Lass es einfach geschehen. Vielleicht spürst du eine Aufrichtung, denn das göttliche Feuer dehnt sich in dir aus und führt dich zu der Klarheit, die sich daraus ergibt. Und zu der Klarheit, welche in dir ruht, welche ein Teil deines Geistes ist. Und falls es dort noch Blockaden gäbe, dann bitte ich nun um die violette Flamme, damit all das aufgelöst wird, was dich im Moment noch daran hindert, deine vollkommene Klarheit zu fühlen. So lass auch dies geschehen. Es ist die violette Flamme, welche dich reinigt, welche deinen Geist reinigt und ausdehnt. Welche dir Klarheit verschafft. Nehme diese Energie an, denn sie dient für dein allerhöchstes Wohl. Hindernde Strukturen dürfen nun gehen und dein Blick für das, was für dich wichtig ist, wird immer klarer. Und nun nimm dein göttliches Feuer, deine neu gewonnene Klarheit mit in das nächste Thema, in die Heilung deiner Emotionen. Tauche mit dieser geballten Energie in deine Gefühlswelt hinein und lasse zu, dass sich die Gefühle zeigen, welche dich belasten. Lass es zu, denn die violette Flamme wird auch da eine Heilung für dich bewirken können. Und so werden die Gefühle geheilt, welche dir hinderlich sind und dich auf deinem Weg zurückhalten. Lasse dich so tief wie möglich fallen in diese Heilung. Heilende Energie fließt aus den Smarana-Feldern zu dir. Heilende Energie trägt dich nun und löst die Verletzungen der Emotionen. Löst jede Verletzung, die jetzt gerade gelöst werden darf. Dein inneres Kind beobachtet dies voller Freude. Und so bitte ich dich auch, dein inneres Kind zu bitten, Verletzungen, die es vielleicht noch trägt, ebenfalls jetzt loszulassen und die Heilung anzunehmen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielleicht spürst du jetzt eine Erleichterung und spürst, wie die Heilung dich umhüllt, wie eine warme, weiche Decke. Und wenn du nun all die drei Energien, all die drei Heilungen, welche du nun erhalten hast, in einem Gesamtbild nimmst und in die vierte Energie hineingehst, nämlich in die Erkenntnis zu wissen, wo dein Platz ist, wirst du verspüren, dass sich eine ganz große Kraft in dir ausbreitet, welche dir sagt, so wie du bist, bist du richtig und gut. und wo du genau spürst, wo jetzt dein Platz ist, was für dich wichtig ist. Lasse diese Energie auf dich wirken und nimm deinen Platz ein, die Bilder und Energien, welche sich jetzt zeigen, kommen ganz tief aus deiner Seele, denn es ist dein Seelenwunsch, welcher sich jetzt für dich manifestiert. Nimm dir ein wenig Zeit, um wahrzunehmen, was dir deine Seele jetzt sagen möchte. » Untertitelung des ZDF, 2020 Und so manifestiere all dies, was du jetzt gesehen oder wahrgenommen hast. Lass es wahr werden. Komme in deine Kraft. Alle Energien wirken für dich, so wie du sie nun lenkst, denn du bist der Meister deines Lebens. Und mit diesem Wissen, mit dieser Erkenntnis öffne deine Augen und sage Ja zu dir, Ja zu deinem Leben, Ja dazu, wie du jetzt weiterleben möchtest. Ich danke der geistigen Welt für die wundervollen Energien. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Schließe meinen Kanal und bin wieder ganz im Hier und Jetzt. Und ich danke sehr für diese, meiner Seele, sehr für diese schöne, heilende Meditation. Und ich wünsche mir, dass sie einen jeden von euch erreicht und ganz, ganz dolle unterstützt. Dann sage ich auch schon, Smarana zu euch, alles Liebe und habt eine wundervolle Zeit. Bis dann. Smarana, Smarana. Smarana Untertitelung des ZDF, 2020